Hey Leute, heute mal wieder ein Zuschauerbeitrag. Worum geht's? Im Folgenden erzähle ich von meiner dreijährigen On-Off-Beziehung, welche meine persönlichen Grenzen stark strapaziert und mich beinahe zur Selbstaufgabe gebracht hätte. Alles begann 2018. Ich war 17, sie 16. Wir lernten uns auf einer Geburtstagsfeier kennen und trafen uns kurz darauf das erste Mal. Es dauerte nur ein paar Wochen, bis wir zusammenkamen. Vom ersten Treffen an empfanden wir eine sehr starke gegenseitige Verbindung. Wenn man sowas manchmal schon vorher wüsste, ne? Ich meine, On-Off ist immer mit einer gewissen Toxizität verbunden. Auf- und Abphasen, die dazu führen, dass man sich immer weiter reinsteigert und gleichzeitig immer weniger miteinander kann. Dazu das Alter, was allein schon durch die Unerfahrenheit und die entsprechenden Gefühle dafür sorgt, dass man zum Idealisieren neigt. Nach ein paar Wochen direkt zusammenkommen, ja, das ist alles nicht optimal. Es vergingen circa zwei Monate, bis sich die Stimmung zwischen uns, speziell von ihrer Seite aus, änderte. Ich durfte nur zu exakt von ihr bestimmten Zeiten bei ihr erscheinen und es begann eine Eifersucht gegenüber meinen weiblichen Freundinnen, welche ich schon lange kannte. Dieser Punkt spielt in der gesamten Geschichte eine wichtige Rolle. Die Frau wäre bei mir direkt raus, weil sie a. versucht die Kontrolle über Dinge zu übernehmen, die sie nicht braucht und b. dich von deinem Umfeld entfremdet und dich damit ändern will. Du wirst es schon gemerkt haben, aber ich sage es dir mal ganz deutlich, da sind mehrere rote Flaggen an der Stelle. Nachdem es also mehrere meiner Meinung nach kleine Diskussionen gab, beendete sie die Beziehung, weil wir ja nur streiten würden. War für mich nicht schlüssig, aber musste ich hinnehmen. Es kam zur ersten Trennung. Diese hielt circa drei Monate. In der Zwischenzeit ging es mir nicht sonderlich gut, da ich zuvor nie solche starken Gefühle gespürt hatte. Wie gesagt, deine subjektiven Gefühle und die fehlenden Erfahrungen waren hier das Problem. Dass die Limmerenz so früh endet, gibt euch eigentlich keine Chance darauf, eine wirkliche Grundlage zu schaffen, die eine wirklich glückliche Beziehung hervorbringen kann. Und dann noch die Trennung von ihrer Seite, weil sie nicht mit dir klargekommen ist. Vermutlich aber auch sehr stark anteilig mit sich selbst in der Beziehung. Da kann ich im Moment nur vermuten. Was klar ist, ist, dass es einfach nicht passt und du eine instabile Persönlichkeit vor dir hast. Eben ein 16-jähriges Mädchen. Das ist, naja, das ist relativ normal. Das würde ich auch nicht anders erwarten. Nach einer Zeit kam es dazu, dass wir uns gegenseitig wieder annäherten, uns also wieder trafen und schlussendlich wieder zusammenfanden. Sie hatte zu diesem Zeitpunkt einen Nebenjob und fand deswegen weniger Zeit für mich, was ich damals zu sehr auf mich selbst bezog und es teilweise aus diesem Grund zu Diskussionen kam. Für sie waren Diskussionen aber immer erst damit beendet, wenn ich mich als schuldig bekannte. Dies ließ sie mich auch deutlich spüren. Es kam also zur zweiten Trennung durch meine Freundin. Auf Deutsch, sie bestraft dich, wenn es nicht so läuft, wie sie es gerne hätte und du gibst am Ende nach. Ach, das kann so nicht funktionieren. Dass sie jetzt schon zweimal Schluss gemacht hat, sollte eigentlich dazu führen, dass du den Tatsachen ins Auge blickst. Kann mir aber an der Stelle schon denken, warum du es nicht tust. Verdammte Gefühle halt. Dies wiederholte sich nach der zweiten Trennung ähnlich wie auch nach der ersten. Wir nährten uns an und kamen wieder zusammen, weil wir beidseitig ohne den anderen absolut nicht mehr auskamen und jeweils beide in ein emotionales Loch gefallen waren. Wichtig ist zu sagen, dass sie in meinem Freundeskreis, also bei Unternehmungen etc. immer dabei war. Ich zu ihren Freunden aber nie mitgenommen wurde. Wenn ich dies ansprach, bekam ich Dinge zu hören, wie zum Beispiel, meine Freunde denken nicht gut über dich. Und das, obwohl sie mich persönlich nicht mal kennenlernen durften. Ja, und weißt du auch, warum sie nicht gut über dich denken? Weil sie ihnen in den Auszeiten oder wenn ihr was nicht gepasst hat, Scheiße über dich erzählt hat und sie ihren Freundeskreis dazu nutzt, sich auszuheulen. Klar kann man da nicht mehr mit dir auftauchen. Ist übrigens auch eine riesige rote Flagge, dass sie dich da nicht integriert. Das hört sich eher nach emotionaler Abhängigkeit an. Nicht unbedingt dir gegenüber, sondern dem Gefühl, welches du ihr in der Zeit gegeben hast. Also eigentlich das Gefühl, welches sie hatte, wenn sie sich dir überlegen gefühlt hat. Eine Frau, die dich will, ist stolz darauf, dich präsentieren zu dürfen. Es beschäftigte mich, jedoch habe ich es mehr oder weniger ihr zuliebe akzeptiert. Es kam jedoch immer wieder zu kleinen Streitigkeiten, speziell über das Handy entstanden, meiner Meinung nach, viele Missverständnisse. Nachdem sie sich 2019 über das Handy bei mir meldete und sagte, sie habe die Gefühle verloren, weil wir uns so wenig sehen würden, was eigentlich ihr verschulden war, blockierte ich sie überall und schwor mir eigentlich nie wieder ein Wort mit ihr zu wechseln. Lange überfällige Aktion. Die Frau schadet deinem Selbstwert und statt zu reflektieren, schiebt sie die Probleme an dich ab. So ist sie. Das kann man sich schönreden, das kann man durch positive Gefühle, die immer mal wieder aufkommen, übersehen. Aber wenn man an dem Punkt angekommen ist, dann sollte man daran festhalten. Denn wenn die positiven Momente nicht stabil sind und sie schon zweimal Schluss gemacht hat, was erwartest du dann? Dass sich das ändert, wenn ihr wieder zusammenkommt? Die Hürde verringert sich jedes Mal ein bisschen mehr, dass sie bei kleineren Problemen wieder so handelt. Als sie mir einen Monat später einen Riesentext darüber schrieb, was sie doch für einen Fehler gemacht hat und wie schlecht es ihr damit gehen würde, nahm ich sie natürlich direkt zurück und ignorierte meine eigenen Prinzipien für sie. Damit hast du den Respekt, den sie vielleicht noch vor dir hatte, im Klo runtergespült. Und, das sollte ich mir vielleicht auch über den Bildschirm hängen, so oft wie ich es in letzter Zeit sage, Ich wurde weiterhin von ihrem Freundeskreis isoliert, was auch bedeutete, dass wir beide zum Beispiel auf dem selben Festival, derselben Party und so weiter waren, aber uns den ganzen Abend aus dem Weg gegangen sind, damit ihre Freunde nicht mit mir in Kontakt kamen. Wie so eine Geschlechtskrankheit. Wenn ich jetzt darüber nachdenke, wirklich krank. Natürlich entstanden wieder Meinungsverschiedenheiten und ich wurde erneut in den Wind geschossen. Diesmal jedoch das erste Mal anders als zuvor. Kurz nach der Trennung postete sie private Storys, welche ich sehen konnte, sehen sollte, mit einem neuen Typen beim Picknick etc. Ich denke, dazu muss ich nichts mehr sagen. Die hat dich gehalten wie ein Hündchen und nicht zu dir aufgeschaut, wie es nötig gewesen wäre. Die Trennung wurde normal und in ihrem Kopf konnte sie dich jederzeit haben. Wieder mit minimalem Aufwand. Also warum dich nicht auf der Ersatzbank parken und das Glück mit dem nächsten Versuchen, vor dem sie vielleicht wieder Respekt haben kann. Ich entfernte sie daraufhin überall und versuchte mein Leben in den Griff zu bekommen, auch wenn mein Herz unfassbar zerbrochen war. Ich lernte in dieser Zeit neue Freunde kennen, welche heute meine besten Freunde sind. Wenigstens ein Gutes hat es an der Stelle. Immer auch das Positive mitnehmen und sehen. Deine tiefsten Momente sind auch meistens die, die dich am meisten voranbringen. Mit einem Mädchen in dieser Gruppe fing ich nach und nach an, etwas wärmer zu werden. Wir trafen uns alleine, machten Ausflüge, küsten uns und ja, jedoch hatte ich immer meine Ex im Hinterkopf. Du warst noch nicht weit genug. Da muss man aufpassen, wenn einem das in dem Moment klar wird. Natürlich sollte man nicht direkt danach wieder daten, aber wenn man im wirklichen Leben zufällig jemanden trifft und das passt, dann schaut man, ob man das kann oder nicht. Das ist in Ordnung. Als meine Ex irgendwann davon Wind bekam, schrieb sie mich wieder an und meinte erneut, es wäre ein Riesenfehler gewesen und wir sollten einen Neuanfang wagen. Ich überlegte einige Tage, aber ließ mich selbstverständlich wieder darauf ein, schoss somit das neue Mädchen in den Wind und verletzte ihre Gefühle dadurch natürlich. Ich will dein vergangenes Ich an der Stelle einfach ohrfeigen. Bin mir aber sicher, dass du dir dafür schon selber in den Arsch gebissen hast, von daher. Ich lese das hier zum ersten Mal, aber wir wissen, glaube ich, alle, in welche Richtung das noch gehen wird. Es ist immer dasselbe. Ob dies die richtige Entscheidung war, zweifelte ich lange an. Den ersten Monat in der wieder aufgenommenen Beziehung mit meiner Ex fühlte ich mich deshalb unfassbar schlecht. Jedoch wurde die Beziehung dann gesünder, wenn auch nur für eine gewisse Zeit. Die ersten Male waren wir nur circa zwei bis drei Monate zusammen, diesmal hielt es jedoch 14 Monate. 14 Monate Zeitverschwendung. Super. Gesünder? Das ist, als würde ich rauchen, saufen, die härtesten Drogen nehmen und mein ganzer Körper wäre kaputt. Und dann würde ich eine neue Leber bekommen. Ja, man ist wieder gesünder und weiß das erstmal wirklich zu schätzen. Aber indem du die zurücknimmst, auf der Basis eurer Beziehungsdynamik, da machst du gerade so weiter wie zuvor und wunderst dich dann, dass es kaputt geht. Wir hatten beide alles gegeben, um die Beziehung zum Laufen zu bekommen. Ein für mich sehr großes Problem in dieser Beziehung war jedoch, dass sie die Schuld für alles immer nur bei mir sah. Natürlich hat sie das. Das war von Anfang an das Problem und auf der Basis hast du sie immer zurückgenommen. Das hat sich nie geändert. Deine Aussage von wegen, wir haben alles versucht, die geht eben in dem Moment unter, wenn ich damit argumentiere, dass es nie eine Chance gab. Schau mal, eure Beziehung hat nicht mal in der Limmerenz überlebt, in der man sich eigentlich als perfekt ansieht. Das wird später nicht mehr besser. Das heißt, wenn ich etwas gemacht habe, was sie störte, war ich schuld. Und umgekehrt, wenn mich etwas in ihrem Verhalten gestört hatte, war ich ebenfalls schuld, weil ich unnötig ein Problem damit haben würde. Zitat an der Stelle, der falsche Mann kann nichts richtig machen und der richtige Mann kann nichts falsch machen. Ob du der richtige Mann bist, entscheidet die Anziehung in diesem Moment. Und die Anziehung wird davon beeinflusst oder teilweise auch unterdrückt, wie gut die Frau im Oberstiebchen beieinander ist und wie du selbst ihr gegenüber deinen Wert verkörperst. Mir wurde es strikt von ihr verboten, meine Freunde zu sehen, wenn das Mädchen dabei war, mit dem ich in unserer Beziehungspause Zeit verbracht hatte. Da dieses Mädchen jedoch fester Bestandteil dieser Gruppe war, wurde ich regelrecht von meiner Freundesgruppe isoliert. Rote Flagge. Du hattest mit ihr nie die Möglichkeit darauf, deinen Frame zu halten. Wie gesagt, die ist nicht ganz richtig da oben, aber du hast auch zugelassen, dass dieses Thema nicht nur zur Diskussion stand, sondern dass sie die Oberhand über dich hat und das entscheiden kann. Versucht eine Frau, mir das zu verbieten, lache ich kurz und mache es, weil es das ist, was ich will. Das ist nicht meine Diskussion wert. Das ist keine Aufmerksamkeit wert. Ich denke, das war eines deiner größten Probleme. Du wolltest es ihr recht machen. Du wolltest Frieden in der Beziehung und warst bereit, dafür von deinen Werten zurückzutreten. Als ich dann an zwei Geburtstagen zu diesen Freunden wollte, ist sie dermaßen ausgerastet und hat mir mit Schlussmachen gedroht, dass sie tagelang kein Wort mit mir wechselte. Ich ging jedoch trotzdem hin. Gott sei Dank. An einem der Geburtstage war meine Freundin im Urlaub und konnte somit nicht da sein, um zu kontrollieren. Also beauftragte sie eine Freundin von ihr, mich den ganzen Abend zu beobachten und ihr Bericht zu erteilen, wie ich mich gegenüber dem Mädchen verhalte. Bei so einer manipulativen Scheiße gehört eigentlich Schluss gemacht und direkt was mit ihrer Freundin und dem Mädchen angefangen. Umgekehrt durfte sie sich jedoch unter anderem mit dem Exfreund treffen, also wurde mit zweierlei Maß gemessen. Was für mich nicht erlaubt war, war für sie erlaubt. Merkst du eigentlich, dass sie genau die Macht in der Beziehung hatte, die du eigentlich hättest haben sollen, weil du damit besser umgegangen wärst? Die hat alles von dir bekommen. Sie hat den Frame gestellt. Du hast immer nur das gefressen, was sie dir zugestanden hat. Sie hat geführt. Jetzt regt es dich auf, dass mit zweierlei Maß gemessen wird, obwohl ich dir sage, dass man hier mit zweierlei Maß messen muss. Aber andersrum. Frau mit Ex? No go. Mann mit Ex? Machbar, wenn auch in einer Beziehung natürlich Ansichtssache. Ob man das als Mann überhaupt will. Aber ein kleineres Problem, als wenn die Frau sich mit dem Ex trifft. Mehr dazu im Video. Ex meldet sich, hat oder trifft aber einen anderen. Da gehe ich genau auf die Problematik ein. Als sie aus dem Urlaub wiederkam, änderte sich alles. Sie fing an, mit mehreren Jungs zu schreiben, von denen ich zuvor noch nie was gehört hatte. Ihrer Meinung nach wären es alle alte Freunde gewesen, was ich ihr nicht glaubte. Es wurde zudem mit Herz-Emojis, Gute-Nacht-Nachrichten an einen dieser Freunde geschrieben. Immer wenn ich diesbezüglich etwas ansprach, wurde ich niedergemacht. Ich wäre krankhaft eifersüchtig und meine Meinung wurde keineswegs berücksichtigt. Zu treffen, um diese Leute kennenzulernen, durfte ich nie mitkommen, weil ich dann die Stimmung zerstören würde. Ja, die hat ganz klar gedatet. Natürlich waren es nur Freunde. Als würde sie nach außen zugeben, dass du auf der Ersatzbank sitzt und sie die Möglichkeit in Betracht zieht, sich auszuleben. Sollte ja bloß keiner denken. Du warst natürlich der Arsch, der ihr das unterstellte und daher eine Gefahr für ihr eigenes Narrativ, welches sie sich noch nicht eingestehen konnte, dass sie das ist, was sie ist. Beziehungsweise du könntest es nach außen so hinstellen. Daher musstest du ruhig gestellt werden. Und das geht am besten, indem man deine offensichtliche Unsicherheit anspricht. Von wegen. Das ist eine Beschämungstaktik. Nicht ernst nehmen an der Stelle. Dass es dich innerlich anwidert, was sie da macht, ist von der Natur so vorgesehen und wichtig für deinen Selbstschutz. An der Stelle versucht sie es mit Gaslighting. Auch hier gerne das Video schauen. Mit Gaslighting, damit du selbst glaubst, dass es ist, wie sie es darstellt. Dass du dir selbst diese Frage stellst. Dass du selbst denkst, dass es so wäre. Das ging mir nach und nach psychisch sehr schlecht. Der Stiefvater meines besten Freundes ist Psychologe und ich begann, mich einmal pro Woche mit ihm auszutauschen. Nun kommt es zum Höhepunkt, durch welchen die Beziehung endete. Ich schlag drei Kreuze und klopf auf Holz, wenn es auch so bleibt. Nachdem ich mir gegen Ende 2020 an einem Sonntag an den Kopf werfen ließ, ich sei krankhaft eifersüchtig und ich mich wieder in einem total übertriebenen Maß für etwas entschuldigt hatte, für das nicht ich, sondern sie sich hätte entschuldigen müssen. Yes, und es ist an der Stelle super, dass du an dem Punkt bist, das sagen und hoffentlich innerlich auch glauben zu können. War ich der Meinung, mich und meine Ansichten ändern zu müssen. Ich ging nämlich die ganze Beziehung immer wieder davon aus, ich würde alles falsch machen, da es mir so von ihr indoktriniert wurde. Ich sagte mir also, nimm es hin, dass sie sich mit diesen Typen trifft und du nie dabei sein darfst. Nimm es hin. Ja, ist richtig so. Nimm es hin, dass sie das will und du nicht ihre Priorität bist. Was ist die Konsequenz dessen? So eine Frau ist nicht in einer Beziehung mit dir. Trennung eigentlich unnötig an der Stelle, weil ihr Verhalten schon eine Trennung darstellt, wenn du deinen Wert kennst. Als ich mit meinen Freunden am nächsten Wochenende in derselben Großstadt, wie sie unterwegs war, fand sie wieder eine Ausrede, warum man den Abend nicht mit allen Freunden gemeinsam verbringen konnte. Dies nahm mich so hin, da ich ja meine Ansicht ihr gegenüber anpassen wollte. Doch dann passierte Folgendes. Sie antwortete mir über drei Stunden nicht. Meine Freunde und ich machten uns gegen halb zwei auf den Heimweg, als eine Nachricht von ihr kam. Sie sagte, dass sie erst jetzt antworten könnte, da sie noch dies und jenes gemacht habe. Jetzt wären alle Freude weg, außer der besagte Junge. Ich fragte nach, wieso nur noch der da wäre und was sie machen würden. Sie sagte, dass sie bei ihr im Bett liegen würden und Netflix zusammenschauen. Der Brechreiz überträgt sich gerade auf mich. Die Frau ist einfach nur noch respektlos dir gegenüber und sie scheißt darauf, was du davon halten könntest. Da ist keinerlei Gewissen mehr. Das war vollkommen normal und du hattest es zu schlucken. Das ist zumindest ihre Einstellung. Sagtest du nicht eben noch irgendwas davon, dass es gesund zwischen euch war? Du hast das Pflaster nur langsamer abgerissen, weil du nochmal alles versucht hast, um das zu retten. Das sind genau die Momente, in denen mir vollkommen klar ist, dass Ex zurück keinen Sinn hat. Es ist nicht immer so. Das will ich nochmal betonen hier. Aber on-off und dieses Mindset, das schießt beidseitig gegen eine gute Chance. Diese Aktion verletzte mich zu tief, da sie genau wusste, wie ich damit zu kämpfen hatte und sie die Aktionen mit dem Jungen immer und immer wieder weiter auf die Spitze treiben musste. Ich rief sie wutentbrannt und unter Tränen an. Wieder gab es kein Verständnis für mich und sie meinte, dass sie mit diesem Jungen den ganzen Abend schon über mein Verhalten reden würde und er ihr Tipps geben würde. Nachdem sie dann einfach auflegte und ich die gesamte Nacht mit einer Panikattacke zitternd im Bett lag, fuhr ich direkt am nächsten Morgen zum Haus meiner Freundin, um die Beziehung zu beenden und meine Sachen zu holen. Du sagst es. Sie hat es immer weiter auf die Spitze getrieben und du hast es mit ihr machen lassen. Sie hat die Grenzen der Beziehung so weit verschoben, dass sie dich nicht nur nicht mehr respektieren konnte, sondern dich wie jemanden behandelt hat, der es nicht würdig ist, ihre Füße zu küssen. Das hat ihre Aktion an der Stelle ausgesagt. Deine Gefühle haben sie nicht im Geringsten interessiert, nur was sie haben konnte und dadurch hat sie sich vermutlich auch noch durch deinen Schmerz selbst hochgezogen. Da der Junge, wie sich herausstellte, noch bis ca. 4 Uhr bei ihr war, war sie noch am Schlafen, als ich ankam und ihre Mutter öffnete mir die Tür. Im Zimmer angekommen, nahm sie zunächst nicht ernst, dass ich mich trennen wollte. Recht schnell erkannte sie doch den Ernst der Lage. Wir vergossen etliche Tränen, aber für mich gab es kein Zurück mehr. Meine Gefühle wurden zu sehr von ihr verletzt. Danach schrieben wir noch einige Male hin und her. Ich blockte sie jedoch ab und es ging uns beiden sehr schlecht. Ich bereute meine Entscheidung tausende Male. Zweimal versuchte ich, nach ein paar Monaten nochmal bei ihr anzukommen. Jedoch war sie mir gegenüber absolut kalt geworden. Das nennt sich emotionale Abhängigkeit. In dem Moment war sie nur so drauf, weil sie gemerkt hat, dass sie dich verlieren könnte. Dich, der ihr kostenlos Aufmerksamkeit und Bestätigung gibt und in den sie nichts mehr investieren musste. Ihr Status Quo war gefährdet. Deshalb hat sie noch ein paar Tränen verdrückt. Vergleich, aber vergleicht es nicht mit dir, nur weil ihr beide geweint habt. Das, was du gefühlt hast, hat sie nicht mal im Traum nachempfinden können. Merkst du vor allem daran, was kurz davor und natürlich auch danach passiert ist. Dass du an der Stelle geweint hast, das hat nicht den Ausschlag gegeben, aber dass du nach allem immer noch zweimal angekommen bist bei ihr und sie zurück wolltest. Thema Respekt. Wie könnte sie dich da respektieren, nachdem sie sowas abgezogen hat? Wie kann sie dich respektieren, wenn du es nicht mal selber tust? Sie arbeitet Stand November 2022 seit über einem halben Jahr in meiner Stammbar, wodurch ich sie häufig sehe. Bis heute ist das Ganze nicht leicht für mich und ich denke auch nach über einem Jahr Trennung täglich mehrfach an sie, da meine Liebe zu ihr das mit Abstand stärkste und innigste Gefühl war, was ich je hatte. Liebe ist ja kein messbarer Wert und kann somit nicht verglichen werden. Schön, wie du sie hier rechtfertigst. Aber wenn man es könnte, wären meine Gefühle zu ihr die stärksten, die man sich vorstellen könnte. Auch heute habe ich noch starke Empfindungen für sie, auch wenn es mir damit besser geht als direkt nach der Trennung. Das hast du nett beschrieben an der Stelle und ich stimme dir bei der Subjektivität der Gefühle zu. Dadurch, dass du es dir aber so erklärst und einredest, nimmst du dir die Chance, stärkere Gefühle für jemand anderen zu empfinden. Und es ist mir klar, warum es dir so geht. Deine Stammbar? Wechseln. Du hast eigentlich keine andere Wahl. Es geht um deine psychische Gesundheit. Und was du hier als Liebe bezeichnest, ist emotionale Abhängigkeit. Das war nie Liebe. Das ist nicht subjektiv. Subjektiv kannst du es nur nicht unterscheiden, weil du den Vergleich nicht hast und das als angebliche Liebe kennengelernt hast. Wenn du den Glaubenssatz weiter festigst, dass du dieses Gefühl wieder brauchst oder wiederhaben willst, wenn du nicht nach und nach loslässt, indem du den Fokus auf dich drauf bekommst und sie in deinem Leben nicht mehr zulässt, sowohl in der Realität als auch in deinen Gedanken, dann sehe ich schwarz dafür, dass du mal eine gesunde Beziehung führen kannst, die nicht durch Bedürftigkeit infolge dieser Frau zerlegt wird. Es liegt noch ein weiter Weg vor mir. Nach der Trennung habe ich angefangen, viermal statt zweimal die Woche zum Sport zu gehen und mir neue Routinen gesucht. Dieses ständige darüber nachdenken, ob es ein Fehler war, Schluss zu machen, kann ich bis zum aktuellen Stand noch nicht ablegen. Sie hatte aktuell möglicherweise einen neuen Freund, was ich aber nicht hundertprozentig bestätigen kann. Vollkommen irrelevant. In meinen Augen attestiere ich dir erst, dass es dir wieder gut gehen kann, wenn es dich einen Scheiß interessiert, ob die Frau jemals wieder an dich denkt. Aber an der Stelle hast du auch recht. Es ist ein langer Weg. Du hast das jetzt lange Zeit so hingenommen und bist nicht weitergekommen. Das heißt, dass sich da Glaubenssätze stark gefestigt haben, die du auflösen musst. Neue Routinen bedeutet nicht, dass sie dich weiterbringen. Viermal statt zweimal zum Sport ist im Großen und Ganzen auch nichts weiter als Ablenkung. Du musst anfangen, dich in allen fünf Säulen deines Lebens weiterzubringen und an der Stelle mal so richtig Gas zu geben. Du hast keine wirkliche Wahl. Die Zeit allein bringt dich da nicht raus. Klar weiß ich nicht, was du sonst noch so machst. Und ich hoffe, dass du deine Ziele sinnvoll gesetzt hast. Aber nach einem Jahr an dem besagten Punkt zu stehen, den du hier nennst, das sagt mir eigentlich, dass ich da was grundlegend ändern muss. Auch wenn es im Text teilweise so klingen mag, als hätte sie mich vielleicht betrogen, kenne ich sie meiner Meinung nach gut genug, um sagen zu können, dass es zu 99% nicht der Fall gewesen sein wird. Jedoch war es einfach unfassbar respektloses Verhalten mir gegenüber. Ich vermisse sie bis heute, aber arbeite sehr daran, nach und nach von ihr wegzukommen. Auch wenn ich sie häufig sehe. Das war es an der Stelle mit der Mail. Du kennst sie gut genug dafür? Betrug oder nicht ist an der Stelle nicht mehr relevant. Die Frau ist Gift für dich. Du arbeitest daran, von ihr wegzukommen, denkst aber täglich mehrmals an sie. Du arbeitest vermutlich, auch hier kann ich nur vermuten, zu aktiv daran. Loslassen ist ein passiver Prozess. Du solltest daran arbeiten, sie nicht mehr zu sehen und nichts mehr von ihr mitzubekommen, damit du diese Gedankenspiralen mal unter Kontrolle bekommst. Über sie nachdenken schadet dir genauso, wie neue Infos zu ihr zu bekommen oder sie zu sehen. Halte dich fern. Das ist die Regel Nummer 1 der Kontaktsperre. Ihr redet nicht über die... Sorry, falscher Film. Regel Nummer 1 der Kontaktsperre. Halte die Ex von dir fern. Diese Worte sollen im Kopf bleiben, daher mache ich an der Stelle Schluss. Ich wünsche dir wirklich alle Kraft der Welt dafür. Es muss sich was ändern und das tut es nur, wenn du den entsprechenden Abstand einnimmst. Halte sie von dir fern. Macht's gut und bis zum nächsten Video. Bis zum nächsten Mal.